Herzlich willkommen zur Opening Bell. Natürlich habe ich Sie etwas warten lassen. Ich habe übrigens auch meine Kollegin Franzi Schimpke warten lassen, aber das hatte einen guten Grund. Ich habe nämlich tatsächlich noch die jüngsten Zahlen, die ich irgendwo ergattern konnte, mit in die Sendung genommen, damit das Ganze dann auch rund wird. Und damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin. Tja, DAX, heute keine ganz runde Geschichte. Wir sind noch ein bisschen auf Richtungssuche. Ja, in der Tat. So richtig schwungvoll sieht letztlich anders aus. Wir waren heute schon mal etwas freundlicher gestartet und Unterstützung gab es eben von positiven Signalen zum Thema Handelsstreit. Gähnen muss man ja fast sagen, denn haben wir die nicht ständig schon gehört wieder, dass man in der finalen Phase ist für eben einen ersten, ja wie Etappensieg, ein erstes Teilabkommen. Das war jetzt auch erst mal wieder der Grund, aber so richtig gezündet hat das letztlich nicht. Das heißt, die Jahreshöchststände, die wir am Dienstag noch eingefahren haben, die waren kein Thema. Zwischenzeitlich hatten wir die Gewinne auch komplett wieder abgegeben. Jetzt sind wir 0,2 Prozent im Plus bei 13.210 Zählern. Das heißt, wir sind noch 19 Punkte unter dem Vorwochenschlussstand unterwegs. Auf Wochensicht gesehen jetzt also ein Minus von 19 Punkten für den deutschen Leitindex. Also es ist irgendwie ja nicht so richtig viel Bewegung drin. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Wir brauchen also mehr Impulse. Aber du hast ja jetzt schon auf die frischsten Zahlen geschaut. Vielleicht kommt von dieser Seite ja dann ein bisschen Bewegung rein. Merk, gestern großer Verlierer. Heute macht man Teil der Vortagesverluste wie der Wett. Die Zahlen und der angehobene Ausblick. Gestern kein positives Thema. Heute scheint man da etwas optimistischer. Heidelberg, Zement, BMW, Lufthansa und Continental vorne auf der Verliererseite einmal mehr Daimler. Es gab ja gestern den Kapitalmarkttag. Das kam schon überhaupt nicht gut an. Heute gab es nochmal ein negatives Feedback von Seiten der Analysten darauf hin. Es geht also weiter nach unten. Aber auch Covestro, Bayer, Siemens und Vonovia schwächer. Naja, gut. Dann schauen wir mal, was wir aus den USA mitbringen. Wir haben das Gepäck auf jeden Fall ordentlich voll. Dir schönen Dank nach Frankfurt. Schönes Wochenende. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze so ein bisschen darstellt. Also, Verhaltener Optimismus. Gestern erneut Aussagen, positive Aussagen zum Handelsstreit. Ich habe heute übrigens ein Interview gehabt mit einem sehr interessanten Volkswirt aus Berlin, der sich mit dem Thema China und chinesische Konjunktur beschäftigt. Und er hat gesagt, er kann es wirklich langsam nicht mehr hören. Dieses tägliche Dauerfeuer an. Der hat gesagt und der hat gesagt. Er sagt, er macht das jetzt ein wenig anders und schaut sich das Ganze eher aus der Vogelperspektive an. Und das gibt eigentlich ein viel besseres Bild. Und ich kann dem Mann eigentlich nur zustimmen, weil es ist wirklich unglaublich ermüdend und unglaublich anstrengend, hier jedes Mal diesen Twitter und sonstigen Geschreibsel und dem, was gesagt wird, da hinterher zu arbeiten. Aber sei es drum, ist nun mal unsere Realität. Jetzt schauen wir uns an, was wir an Charts für Sie mit dabei haben. Ach, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Jetzt müsst ihr die Regie bitte nochmal neu verbinden, weil das ist gar nicht jetzt so unwichtig. Ready.com, der große Rivale von Alibaba in China im E-Commerce, hat seine Quartalszahlen für Q3 jetzt vorgelegt vor Handelsbeginn und sie sind wirklich gut ausgefallen. Ja, das muss man so sagen. Das hat uns jetzt nicht unbedingt überrascht. Also das hat mich nicht unbedingt überrascht, denn die Zahlen von Alibaba sind gut gewesen. Und alles, was man aus dem chinesischen Einzelhandel und speziell hier aus dem elektronischen Handel, also Onlinehandel hört, ist positiv. Das heißt, ein sehr robuster Markt momentan noch. Ja, auch hier hat man mir heute Morgen gesagt, das könnte dann natürlich sich abkühlen in den kommenden Monaten, wenn es hier weitere Unsicherheiten gäbe. Aber momentan ist die ganze Veranstaltung noch sehr robust. Und deshalb sind die Zahlen auch von Ready.com sehr gut gewesen. Der Umsatz um 23 Prozent gewachsen. Vor allen Dingen auch in ländlichen Bereichen konnte Ready.com ordentlich zulegen. Dann natürlich die Vernetzung der eigenen Plattform, der eigenen AI in der Warenwirtschaft und dann natürlich auch mit der Verkaufsplattform. Das scheint immer besser zu greifen. Die Kosten haben sie ebenfalls im Griff und das ist letztendlich dann der Grund gewesen, weshalb sie die guten Zahlen auch melden konnten. Und es dürfte sich im vierten Quartal übrigens fortsetzen. Denn die Zahlen für den Single-State, die sind ja mittlerweile raus für Alibaba und Ready.com hatte ja auch gemeldet, dass sie ordentlich hier zulegen konnten. So und das Ganze tatsächlich wird jetzt endlich mal an der Börse auch so reagiert, wie wir uns das vorstellen. Die Zahlen sind ordentlich, die Aktie kann zulegen. Wir sind hier im Euro-Chart. Das heißt also, Sie sehen, es arbeitet sich hier nach oben. Weiterhin bleibe ich etwas fassungslos, was Weibo betrifft. Aber sei es drum, wir haben hier ein schönes kleines oder auch ein größeres Kaufsignal mit dem Sprung über diese sehr, sehr lange horizontale Widerstandslinie. Und da könnte jetzt so ein bisschen der Turbo natürlich auch gezündet werden. Wir haben Bausun natürlich mit dabei. Die müssen auch immer genannt werden. Weshalb? Die haben ihre Quartalszahlen noch nicht gemeldet. Aber auch die hatten gesagt, Mensch, am 11.11., das lief bei uns richtig toll. Also, die haben ihre Umsätze über die Plattform mit Drittanbietern, haben sie die Gesamtumsätze deutlich steigern können. Um mehr als 50 Prozent, ich denke, es waren 54 Prozent, auf etwa 1,4 Milliarden Dollar. Jetzt werden sie vermutlich daheim sitzen, sich nochmal überlegen, Moment, Alibaba 30 Milliarden. Oh, die haben 1,4 Milliarden gemacht und vielleicht so ein bisschen gehen. Aber Sie dürfen natürlich nicht vergessen. Also, Punkt 1, es sind Rekordzahlen gewesen für den Tag. Punkt 2, enorm hohes Wachstum. Punkt 3, ja, ganz wichtig, Bausun ist ein Bruchteil so groß wie Alibaba. Alibaba mehr als 400 Milliarden Dollar und die haben 2,7 Milliarden, 2,6 Milliarden Dollar. Also, von daher, die Größenverhältnisse, wenn man das Ganze ein bisschen anpasst, muss man sagen, Mensch, die haben schon einen richtig ordentlichen Drop gemacht, zumindest zum Singles Day. Und ich bin davon, oder ich gehe jetzt davon aus, dass das sich auch dann für die Q3-Zahlen positiv, dass es ein positives oben ist. Vielleicht mag ich mich irren, aber ich glaube, eigentlich, das sollte schon laufen. Übrigens, was ich da nicht verstanden habe, an dem Tag, an dem Sie die Meldung gebracht haben, jetzt war, glaube ich, vorgestern, hat die Aktie dreieinhalb Prozent an Wert verloren. C-Limited. Tja, weshalb haben wir die dabei? Hatte ich schon ein paar Mal mit dabei, werden die meisten von Ihnen auch überhaupt nicht kennen. Das ist jetzt gar nicht so eine Wissenslücke. Ein südostasiatisches Unternehmen, das eigentlich besteht aus dem Bereich Gaming und E-Commerce. Eine sehr interessante Mischung, denn das sind die beiden Boom-Märkte in Südostasien, in Indonesien beispielsweise. Und da ist ja C-Limited mit Garena, das ist die Gaming-Sparte, und Shopee, das ist die E-Commerce-Sparte, auf jeden Fall gut vertreten. Jetzt zählte das Unternehmen wirklich seit Jahresbeginn zu einem der absoluten High-Flyer im Nebenwerte-Bereich. Wir hatten es ja auch einige Male mit im Gepäck, hatte ich ja schon gesagt. Dann kamen allerdings so die letzten Zahlen, die nicht ganz so gut am Markt aufgenommen wurden. Das Wachstum war immer noch irre hoch, aber eben nicht mehr so hoch, wie wir es hier im Frühjahr gesehen hatten. Und deshalb ging es dann so ein bisschen nach unten. Jetzt haben die allerdings auch vor zwei Tagen Zahlen gemeldet. Und da zieht es einem wirklich die Gesichtszüge so ein bisschen straff. Der Umsatz um 214 Prozent auf über 760 Millionen US-Solar gestiegen. Das hat weiterhin damit zu tun, sie haben einige super starke Spiele im Angebot, die sie ordentlich monetarisieren können. So gut, wie ich das selten bei einem Unternehmen gesehen habe, also mit Free Fire beispielsweise, haben sie einen tollen Shooter. Sie stehen natürlich bei Call of Duty ebenfalls da auf der Einnahmenseite, auch wenn hier erst noch die Erlöse irgendwann erzielt werden müssen. Aber auch da läuft es insgesamt sehr interessant. Und mit Shopee, also die E-Commerce-Sparte, da haben sie auf jeden Fall die Kosten im Griff. Denn das ist momentan Wachstum. Expansion bedeutet erstmal, ich muss in die Tasse greifen und kräftig investieren. Das war den Anlegern in den vergangenen Monaten einfach zu viel geworden. Aber jetzt hier zeigt sich wieder mit den neuen Zahlen, sie haben die Kosten im Griff. Und deshalb geht es nach oben und, dass sie natürlich ihren Jahresausblick erneut angehoben haben, wird jetzt die wenigsten vor diesem Hintergrund überraschen können. Die Aktie 17 Prozent, ich denke 17 Prozent war es vorgestern gestiegen, gestern nochmal das Ganze konsolidiert. Also jetzt geht es nur noch darum, hier die 38 Dollar letztendlich rauszunehmen und dann hätten wir freie Fahrt nach oben. Grubhub. Tja, Grubhub. Hatten wir mit dabei, habe ich auch alles zugesagt, will ich gar nicht so sehr ins Detail mehr einsteigen. Aber, was ich damals ja auch gesagt hatte, es gibt einen enormen Bewertungsunterschied zwischen Grubhub und der gleich großen und durchaus vergleichbaren Just Eat, für die ja Prosys etwa so 6 Milliarden Dollar geboten hat. Und wenn wir uns diese Bewertung mal anschauen, dann wird Grubhub etwa mit der Hälfte bewertet nach dem Kurssturz. Und das ist jetzt offensichtlich auch einigen anderen aufgefallen. Nein, wir hatten ja zunächst einmal die Frage in den Raum gestellt, was wird jetzt passieren? Wird sich Just Eat unter Umständen bei der Bewertung an die Amerikaner annähern oder wird vielleicht Grubhub einen Teil dieser Bewertungslücke nach oben wieder schließen? Wir wussten es ja auch letztendlich nicht. Und jetzt sind die ersten Analysten auf den Zug aufgesprungen. Und ich denke, es war Barclays, die jetzt gesagt haben, menschliche Aussichten für das Unternehmen, die sind gar nicht so schlecht. Und die haben tatsächlich die Aktie jetzt von Underweight nicht erstmal mit dem Zwischenschritt neutral bewertet, sondern direkt von Underweight auf Overweight und ein kerniges Kursziel ausgegeben. Also die rechnen hier mit einem kräftigen Kurssprung und kräftig Kurspotenzial. Also vielleicht tatsächlich hier eher so die Richtung, dass wir uns nach oben drehen und dass die Bewertung von unten nach oben letztendlich auch geschlossen wird. Amazon habe ich nur aus einem einzigen Grund mit dabei. Die werden den Vertragsgewinn für Microsoft, für das Stradite-Projekt, also diesen Staatsauftrag vom Pentagon in Amerika, werden sie anfechten, weil sie sagen, sie fühlen sich unfair behandelt und sie wollen natürlich jetzt erstmal rausfinden, ob da die Politik ihre Finger im Spiel gehabt hat und letztendlich dafür gesorgt hat, dass dieser Auftrag, der Großauftrag über 10 Milliarden Dollar für die kommenden Jahre, ob der willentlich Microsoft zugeschanzt wurde. Weshalb hat man hier diese, klingt ja im ersten Moment immer wie Verschwörungstheorie, weshalb hat man das? Naja, Amazon hat sich eigentlich während der Ausschreibung in der letzten Phase durchaus vor dem Rivalen gefühlt. Also man hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass man den Auftrag bekommen würde. Man hatte gepitcht, man hatte verschiedene Optionen offengelegt. Man konnte natürlich auch auf einen Marktanteil bei der Public Cloud von Ende der 30-Prozent-Marke hier richtig protzen, aus dem vollen Schöpfen, konnte sagen, hey, das funktioniert. Also bei uns könnt ihr skalieren, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und plötzlich geht der Auftrag an Microsoft. Dann darf man natürlich nicht vergessen, Donald Trump hasst Jeff Bezos. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Der ja in der Washington Post, die hat er ja irgendwann gekauft, also Jeff Bezos hat die Washington Post gekauft und die geht nicht gerade zimperlich mit Donald Trump um. Und der hat sich schon oftmals beschwert, auch über Amazon beschwert, auch über Jeff Bezos beschwert. Also diese Verschwörungstheorie ist vielleicht gar nicht so an den Haaren herbeigezogen und jetzt will auf jeden Fall Amazon dagegen vorgehen. Sollte das irgendwie Aussicht auf Erfolg haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir diesen Seitwärtsbereich auch verlassen werden. Denn 10 Milliarden sind 10 Milliarden. Und es geht ja auch um Anschluss, Folgeaufträge vielleicht für andere Behörden. Dementsprechend hatte man ja, also ich glaube, es war damals hier so in etwa, als diese Meldung durchgekommen ist, dann ist die Microsoft-Aktie kräftig gestiegen. Analysten hat ja ausgerechnet, Mensch, die 10 Milliarden und das, was vielleicht noch dranhängt, das dürfte je Microsoft-Aktie durchaus 10 Dollar ausmachen. So, die haben wir jetzt fast erreicht. Wir sind über die 140 drüber gelaufen, sind jetzt bei 148. Einer der wirklich stabilen Werte im Dow. Könnte dann natürlich auch zur Enttäuschung führen, muss man ja klar sagen, wenn das ThreadEye-Projekt doch letztendlich an Amazon verloren gehen sollte. So weit ist es natürlich noch nicht und man muss hier auch nicht den Teufel an die Wand malen, ja, aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und wenn sich das abzeichnet, dann müsste man halt vielleicht mal Gewinne auf dem Niveau auch mitnehmen. Entweder, da brauchen wir momentan noch keine Gewinne mitnehmen, die haben gestern sehr gute Zahlen gemeldet, vor allem beim Gewinn je Aktie, deutlich über den Erwartungen gelegen. Das einzige, der einzige Wermutstropfen, dass das Unternehmen gesagt hat, naja, mit den Gaming-Trips jetzt im vierten Quartal, das wird vielleicht nicht ganz so gut laufen, ist ja für uns eher traditionell schwach. Wobei das für mich jetzt kaum Sinn ergibt, aber sei es drum, das Unternehmen sieht es nun mal so, könnte vielleicht so ein bisschen die Stimmung am Ende drücken, aber danach sieht es momentan nicht aus. Nike wird seine Dividende erhöhen und zwar um 11,5 Prozent, denke ich, sind es auf 24,5 Dollar Cent pro Quartal. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, die man da eigentlich noch den Anlegern genehmigt. Und das könnte dazu führen, dass die Aktie heute tatsächlich ein bisschen stärker notiert und das Ganze so ein bisschen vorweg nimmt. Ohne Worte würde ich sagen, da ist ein Trendthema mal ordentlich abgeraucht. Die haben Umsatzzahlen gemeldet, 23 Prozent Umsatzrückgang für Aurora und ich habe mich mit meinem Kollegen Michel Döpke jetzt kurz vor der Sendung noch unterhalten und gesagt, wo wird denn das eigentlich enden? Und abgesehen davon, dass es natürlich dort bei Null enden kann, also zumindest was den Aktienkurs betrifft, sagt er, naja, man muss sich langsam natürlich mal Gedanken darüber machen. Dieses Thema war am Anfang sehr heiß gelaufen, sehr viel Luft auch in den Aktienkursen drin. Jetzt werden die ganzen Werte von der Realität eingeholt und dass das Thema natürlich auch so ein bisschen ins Hintertreffen und von den Schlagzeilen her von den ersten Seiten verschwunden sind, das heißt, da kommt dann noch so ein bisschen Desinteresse mit auf. Er sagt aber auch, wenn er sich alle Werte anschaut, dann ist das natürlich weiterhin langfristig ein spannendes Thema, vor allen Dingen auch was die Bewertungen betrifft, weil die rutschen jetzt derartig in den Keller, dass natürlich die Unternehmen, die vielleicht gerne in den Bereich reingehen möchten, Bierhersteller, Spiritosenhersteller, wobei das mehr oder weniger auch häufig genug dasselbe ist, Pharmakonzerne, Tabakkonzerne, die hätten jetzt natürlich durchaus Anlass dazu sagen, wenn das hier alles um die Hälfte billiger geworden ist, das ist ja Aurora nicht der einzige Wert, dann könnte es interessant werden, dass trotzdem die nächste Konsolidierungswelle in Gang gesetzt wird. Nichtsdestotrotz, wollte ich jetzt in diesen stabilen Abwärtstrend investieren? Nein, wollte ich nicht. Dann höchstens auf die Aussicht auf eine Konsolidierung und dann nur mit ganz wenig Geld Lüft, da sind die Anleger, da sind die Analysten zumindest jetzt schon deutlich positiver gestimmt, anders als bei Uber, da geht ja der Kurs auch weiter nach unten, aber bei Lüft sieht die Sache ganz anders momentan aus. Die Aktie hat hier schon eine kleine Erholung angesetzt, hat dann das Niveau hier im Bereich 42 Dollar zumindest mal verteidigen können und Seppi Morgen, die haben die Aktie jetzt als Top Pick auf ihre Empfehlungsliste gesetzt. Hintergrund. Sie sehen Fortschritte bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung und glauben, dass bei Lüft das Schlimmste überstanden ist und dass man da jetzt einer besseren Zukunft entgegenblickt. So, ich werde jetzt auf jeden Fall meinem Wochenende entgegenblicken, naja, langsam jedenfalls. Ich wünsche Ihnen natürlich ein schönes Wochenende, erholen Sie sich gut, vielleicht klappt es ja auch mit dem Wetter und mit den Kursen noch und ansonsten sehen wir uns am Montagmorgen wieder, bis dahin, tschüss.